Ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ihr seht es hier ja eingeblendet, offener Brief an Merkel. Und natürlich erwarten euch im Hauptfilm noch weitere Highlights oder Lowlights, wahlweise, wie man das einschätzen mag. Tja, könnt ihr dann betrachten, anschauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WagnusTV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.